hallo und herzlich willkommen zurück auf mein kanal ich bin die fette kette und heute schauen wir uns an emerald mit second all the way ein sabaton cover ich kenne das sabaton cover überhaupt nicht das sabaton aber ich kenne nicht mal das sabaton lied aber ich habe immer gesehen second all the way und dachte mir so kommen das ziehen wir uns rein habe ich voll bock drauf auf jeden fall aber letztens von ihrem neuen song viral viral war das viral gehört und fand die band eigentlich ziemlich cool weil ich ja auch den nils markt den neuen sänger und da schauen wir mal direkt rein und letztes sehr gespannt die in the draft of 1917 okay tennessee overseas to the trenches he went from the land of dark free Oh, Schrader steht, man. Oh, Schrader steht. Geil, das Song. Der Song war 50's Oh, Batman! Das war's. Das war's. Das war's. Das war geil. Das hat Spaß gemacht. Das war ein geiles Cover, obwohl ich den Originalsong überhaupt nicht kenne. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das von Sabaton mal hören möchte. Weil ich das jetzt gerade echt geil finde. Ich mag Amerind. Ich finde die Band echt geil. Ich muss davon, glaube ich, echt viel mehr hören. Ich mag die Stimme von der Frau. Die Frau hat eine unglaublich geile Metal-Stimme. Dann von Nils die schöne, klare Stimme und dann noch die Death-Metal-Stimme. Das ist alles zusammen. Das kombiniert. Das passt so hammergeil. Und die waren ja, glaube ich, auf Tour mit Sabaton bei The Great War. Daher stammt übrigens das Cover. Ich mache mal hier das Sabaton-Album drin, The Great War. Daher da ist auch das Originallied von denen drauf. Hammergeil. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also wirklich, Amerind. Geile Band, dass ich die verpasst habe. Aber muss ich einiges nachholen. Mal gucken, was die noch so drauf haben. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das Video gefallen habt. Ihr wisst ja, lasst gerne ein kostenloses Abo. Da würde mich mega unterstützen. Gerne einen Daumen nach oben. Und teilt das Video. Erzählt es euren Freunden, euren Enkeln, euren Oma, Opa. Alle, die irgendwie anders wissen, was wir bettet, die du da bist. Damit ist die Krokette für heute raus. Ihr wisst ja, wenn es Lieder-Band gibt, haut es in die Kommentare. Wir haben jetzt mittlerweile auch Deathcore schon mit drin. War auch mal eine interessante Erfahrung. Aber es gibt ja so viele Bands. Und ich bin sehr gespannt, was wir da alles noch hören werden. Was ich da alles noch hören will. Ihr kennt ja viele. Ich nicht so. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Die Krokette ist raus. Macht's gut und Metal on. Wuhu. Bis zum nächsten Mal.